moin moin leute mein name ist christian und es geht weiter mit let's play crossfire kann man so sagen dass das ein let's play ist ich habe eine lange pause gemacht ich glaube zwei monate waren das weil ich da auch nicht so viel zeit hatte und so aber jetzt geht es weiter und wir gehen jetzt mal in der room aber das problem ist von mir dass ich jetzt irgendwas an meiner grafikkarte nicht stimmt ich weiß nicht das war so ein steam programm also steam hat mich so hier gesagt er hier den grafiktreiber ist so alt bla bla hier macht neu nichts dabei gedacht ja und jetzt wartet guckt ihr guckt euch meine awm an jetzt warte hallo naja klar dass er jetzt nicht will wartet und seitdem habe ich das hier jetzt guckt euch meine awm an guckt euch den scheiß an das ist doch ein witz ja keine ahnung wie das passieren konnte aber nach diesen nach diesem patch dingster boomster auf einmal bam hier alles verbuggt und nicht nur die bugs manchmal sich so in halbem bildschirm licht und guckt euch die waffe an jetzt hier zum beispiel nach diesen treiber da ja wenn ihr tipps habt wie man das beheben könnte wäre sehr nett wenn ich hier so was ein freund hier wenn ich da tipps bekommen würde wäre das geil weil so macht sich das eigentlich gar nicht gut bei mw3 oder so ist das auch dann ist die ganze map überall mit grafikfehlern und so aber hier eigentlich nicht hier sind dann nur irgendwo farben weg oder so oder man kann durch wände gucken ja man kann durch wände gucken dann ist eigentlich fast so wie ein sheet aber im moment alter ich sehe hier ich habe nämlich nicht mal gegner gesehen was geht hier aber ich habe auch lange nicht mehr gespielt und ich bin grad battlefield bad company 2 am zocken und bin das hier überhaupt gar nicht mehr gewohnt ich höre nur schüsse wo kommen die her wo ist der typ er schießt nie umsonst wenn er hier nicht in aha 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 wow spam headshot ihm die fresse ja mit der waffe ha 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 ok was benutzen wir denn mal ach guck nie mit der will ich nicht spielen bin ich noch zu schlecht für sonst blammer ich mich ja nur so schön drückt hier durchlaufen sonst wird man von der awm kann man dann hier getroffen werden für die, die es nicht wissen so jetzt hier erstmal abwarten nicht hier, sondern, ach scheiß gerade kann ich mal falsch werden mit der kacke wow the fuck wow 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 alter ist der schlecht das ist noch einer kacke nur noch 3 hp komm oh headshot wow nein alter mit 3 hp ha 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 alter scheiße ha 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 ja scheiße alter entweder wird die sau schlecht oder ich habe total viel glück ey alter mit 3 hp ich glaube ich habe eher glück echt dass ich überhaupt nicht mehr gewohnt bin und wenn ich dann mal crossfire gezockt habe dann halt nur Mutantenmode und nach 3 runden wurde ich wieder gekickt ey das geht einem so auf den sack ich bin schon letztes mal in meinen alten let's play also in meinen alten videos die ich noch hatte schon ausgerastet als ich immer gekickt wurde und ihr würdet auch ausrasten ich schwöre euch ihr spielt 16 runden Mutantenmode habt fast 200 kills das sind 1100 EP wenn ihr ein bisschen XP plus habt das ist das höchste was man bekommen kann und dann dann werdet ihr gekickt und dann hat man einfach keinen bock mehr und dann geht man auch raus da habe ich keinen bock dabei mehr und 3 hp auch kacke jetzt darf ich hier zwei leute töten mit 3 hp ok ich bring mich selbst mr ja was soll ich noch machen ne mit der cient wird nicht gut überhalten mal die M4 Kaste ducken 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 dupen Rick und sagte Spider- vig na kommt hier irgendwo n Gegner vorbei kann handeln und sich einer wagt hier vorbeizuschauen aber halt nicht drones granaten hab ich hier leider auch nicht von dabei Passiere funzion Wo läuft der an Hallo! In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf! Wie?! Kein einziges Mal?! Alter, ich muss echt mehr spielen! Ey, das ist mein Custom! Na, gucken wir den... Wir gucken den Typen mal mit der Custom zu. Nee, den... Ja, den Camper hab ich keinen Bock zurück zu gucken. So, komm mach' ich ihn fertig. Ey, wenn du jetzt den nicht fertig machst, ne? Dann bist du schlecht. Ja, gut. Hier sind überall Gegner bei dem. Da war doch einer. Lauf da hin. Boah, jetzt hat er sich auch noch aufmerksam gemacht, wenn er... Ja, gut. Er hat ihn auch kein einziges Mal getroffen. Kommt Leute, wir wollen hier gewinnen. Hm, gut, dass ich hier am Anfang der Runde... Ich hoffe... Oh, nee, ich hab gar nicht mehr so viel Speicher. Kacke, kacke, kacke. Ich werde sowieso wieder gekickt oder ich kriege einen Disconnect. Warum wollen sie den alle kicken? Hackt der? Was für eine KD hat der Typ denn? Der ist doch schlecht! Ja, okay, wenn Leute schlecht sind, werden die auch gekickt. Aber ich drück F12, der darf bleiben. Weil ab 10 Leute, wenn immer 10 Leute einen kicken, dann ist man automatisch draußen. Dann ist es egal, wie viele Leute F12 drücken. Loll! Ist der schlecht, Alter. Ja, komm, nehmen wir erstmal die Loot-Würfe hier. Mal gucken, wie die jetzt aussieht. Bam! Boah, Alter! Ja, und damit kann man auch kaum spielen. In Battlefield, Battlefield 2 ist das nicht so und so. Und zum Beispiel in einem Spiel wie Minecraft ist das auch nicht so. Nur in MW3 und Crossfire. What? Alter, was war das denn? Er geht hoch und gibt mir ein Headdy. Was war das denn für ein Luckshot, Alter? Was war das denn für ein Luckshot, Alter? Wie das das Skill war, glaub ich dem nicht. 6,1 KD. Ah, ich weiß es nicht. Nee, das weiß ich gar nicht. 6,4 KD. Ah, erste Runde. Jetzt bin ich auch schlecht. Äh, wo bin ich? 4 zu 3. Naja, wenigstens noch positiv. Noch! Komm, Hardscopen. Wir haben mal eine Runde. Ah ja, übrigens hier, Halloween-Update hier. What the fuck? Ja, das meine ich. Ja, Mann. Oh, fuck! Der war schlau von mir. Komm, 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 komm. Oh, toll, jetzt kommt da natürlich keiner. Oh, wann wie im Sand. Braucht einer meine Hilfe? Anscheinend nicht. Du! Du! Oh, irgendwie wollte ich schneller schießen, aber die Digle wollte nicht, dass ich schneller schieße. So, okay. Ich lade auch gerade ein Video hoch auf dem Kanal. Und das wird, ähm, Terraria sein. Da mache ich auch ein Let's Play von. Das mit Starcraft habe ich eingestellt, weil mein Computer zwischendurch schrott ging. Und, ähm, ähm, Alter, es ist ein bisschen kalt. Und ich sitze hier im Boxershot. Und ich sitze hier im Boxershot. Äh, im Boxershot ist so ne Spott. Aber das interessiert mir. Ja, egal, was ich anhab. Ban. Ban. Ich habe irgendwie die komische Angewohnheit, dass ich es immer Ban sage. Na, jetzt vielleicht einer. Komm, komm, komm. Na. 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 Oh, da war doch einer. Komm, komm. Du lass uns den ja, ist schon tot. Woho. Da neben. Gertroffen. Wow. Alter, wie heißt denn? Der Leck? Ja, 800er, Alter. Ist es häftig. Na komm, du Lappen. Na, habt ihr ihn jetzt getötet? Ja, tja. Ich krieg meine Güter gar nicht. Na, hier irgendwas los. Ja, da kommt gleich wieder einer. Na? 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 Hatscorping. Mit der Maus kann ich nicht drückscorpen, weil die mit rechtsweg immer zweimal drückt. Und mal, also, immer wenn man mal so reinzoomt oder so, dann macht die auf einmal doppelt. Äh, zoomen und so. Und das ist total kacke mit der Motion, die ruckelt auch. Aber ich hab keinen Bock mehr eine neue Wazermaus zu kaufen. Rocket, nein. Oder ist das Rocket? Das ist Rocket. BÄM! Woah, woher wusste ich, dass der da war? Alter. Das war lacky. Hey! Oh, das war gemein. Kann man nicht ändern. Halloween, genau. Halloween-Update. Ich hab's leider nicht gewonnen. Ich hab, glaub ich, 30 oder 40 Euro drauf gedreht. Aber ich hab die drei Waffen nicht gewonnen. Ich glaub, war irgendeine M4. Dann war das irgendeine Sniper-Halloween und die... Ach, wo war das? Die dritte Waffe. Hier die Sniper und... Ähm... Die dritte Waffe. Mir fällt die nicht ein. Cutling-Gun, die... Nein, die nicht. Kann's gar nicht gewesen sein. Ich... Ich... Mir fällt es bestimmt gleich ein. Hoff ich doch. Na? So? Noch einer. Okay, so lange Heads kommen würde ich auch nicht. Oh, scheiße. Da oben nur einer? Oder habe ich den mit gesehen? So, anscheinend gewinnen wir hauch hoch. Haus hoch, nicht hauch hoch. So, das Mikro, die Mikro-Einstellung, die sind, also die Einstellung des Mikros generell scheiße. Das war auch schon früher so und das sieht jetzt immer noch so. Weil ich jetzt einfach... Oh, die Granat hat gesessen, Kollege Bratwurst. Mist, Kollege Bratwurst hat mich gekettet. Ähm, genau, das Mikro ist scheiße und man hört immer Hintergrundgeräusche und bla 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 und immer so Rauschen. Das wird sich ändern im Laufe der Zeit, das verspreche ich euch. Ich würde mir ein besseres Mikro als 20 Euro kaufen. Ja, komm. Alter, da hätte ich jetzt schon drei Leute gelegt. Mit der ist es nicht jetzt geschafft, ne? Alter, aber wohin schießt der, bitteschön? Lebt er noch? Ja, der hat den gekillt. Aber trotzdem, der dreht sich da dreimal in den Kreis und macht ihn dann Headshot. Mal snappern. Genau, ich glaube in den anderen Videos hatte ich noch nicht die AWM Gold. Die habe ich mir erst von 100 Kompons geholt. Und die Axt, die ist so übel, Alter. Die AWM geht ja noch, weil die ein bisschen durchsichtig ist. Aber, die Axt, andere Waffen und manchmal zieht die AWM dann hier die halbe Bildschirm halb durchs Bild und... Ja, 20, 30.000 Pipapo. Alter, das ist auch schon alt, oder eigentlich? Oh, da war doch einer. Komm her, mein Freund. Eine P90? Die habe ich mir eigentlich nie gekauft, weil ich die immer scheiße fand. Hardscopen, nice. Thank you. Das war kein Hardscopen. Ich bin immer rein und rausgegangen. Hardscopen ist, wenn du die ganze Zeit an eine Stelle guckst. Zum Beispiel hier. Du guckst... Hier. Und wartest dann, bis einer vorbeigeht und dann pang. So. Leute, ihr könnt mir nicht erklären, dass das Hardscopen ist. Das hier. Das ist kein Hardscopen. Wenn der zu dumm ist, um mich zu treffen, dann tut es mir leid. Aber das ist kein Hardscopen. Da habe ich einmal vertauscht... Wow!